meine damen und herren ich grüße wieder ganz herzlich zur vorlesung digitaltechnik das thema was wir uns heute vorgenommen haben das ist so unfassbar langweilig dass es ihnen eigentlich lieber dieser lustige knautsack hier präsentieren sollte als ich dann haben wir wenigstens alle was zu lachen der redet aber nicht gern also muss ich wieder selber machen du raus und wir beschäftigen uns mit dem thema zahlensysteme beziehungsweise arithmetik im dualzahlensystem also wir können uns eine ganze menge von der langweile deswegen sparen weil ich ihnen im vorfeld zu dieser vorlesung in auftrag gegeben hatte das kapitel 3 zum thema zahlensysteme aus dem buch von der kopfmann grundlagen der technischen informatik zu lesen und da setze ich voraus dass sie bis zu diesem punkt wissen was duale zahlen sind hexadezimal zahlen und wie man sie aus dem dezimalsystem berechnet und zwischen diesen zahlen systemen umrechnet sie haben verstanden was sind komplement darstellungen von vorzeichen behafteten zahlen im dualsystem das heißt sie kennen die prinzipien des einer komplements und des zweier komplements und auf dieser basis werden wir heute aufsetzen versuchen jetzt daraus abzuleiten wie wir arithmetik im dualzahlensystem so gestalten können so verstehen können dass wir in der lage sind das in digitale hardware umzusetzen unser ziel ist es ja jetzt nicht die reine abstrakte arithmetik auf der dualebene zu verstehen sondern zu verstehen wie wir diese dualzahlen arithmetik jetzt umsetzen können in gatter logiken die in der lage sind in hardware solche berechnung durchzuführen gehe also davon aus dass sie zum einen in informatik 1 im ersten semeste bereits ausreichend über das thema dualsystem informiert worden sind und sie wie gesagt aus dem buch von der kopfmann die entsprechenden vorbereitungen gelesen haben zum thema zahlen systeme und ich möchte über diese themen jetzt noch mal ganz kurz durchgehen so unser ziel heute ist es noch mal einen kurzen review davon zu machen wie eigentlich grundrechenarten funktionieren und zwar die aus der grundschule addition subtraktion multiplikation und division und im wesentlichen werden wir uns aber auf addition und subtraktion beziehen denn das sind die rechenarten die wir dann tatsächlich auch in diesem semester digital implementieren werden multiplikation division überlasse ich ihnen zum selbststudium aus den vorlesungs folien werden wir heute nicht separat betrachten so und dann zum thema dass sie im hoffmann wie gesagt schon vorgelesen haben sollten wir werden uns mit der darstellung vorzeichen behafteter zahlen das heißt also negativer und positiver zahlen beschäftigen und wie wir die auf dem rechner darstellen können und in hardware abbilden können und wie gesagt dazu geht es hier um die begriffe vorzeichen bild einer komplement und zweier komplement darstellung wir werden uns in erster linie mit dieser zweier komplement darstellung befassen weil das diejenige zahlen darstellung ist mit der sie addieren und subtrahieren können positive und negative zahlen darstellen können in digitaler hardware das ist die übliche art und weise wie zahlen dargestellt werden zum beispiel in controllern also mikrocontrollern und in rechnern und deswegen sollten sie sie kennen wir fangen mal kurz an mit dem thema hier oben nämlich ein review der grundrechenarten die sie aus der grundschule kennen und zwar wir erinnern uns wie funktionierte das mit der schriftlichen addition und mit der schriftlichen subtraktion da sollten sie alles noch beherrschen aber die erfahrung zeigt wenn man das in übung mal durchführt dass da doch noch das eine oder andere verständnisdefizit herrscht schauen wir uns noch mal ganz kurz an wie funktionierte die schriftliche addition wenn wir also zwei zahlen nehmen ich habe hier als beispiel mal die 845 und die 193 die jetzt im zehner system dargestellt sind wie funktioniert die schriftliche addition zweier solcher zahlen wir schreiben diese stadt zahlen stellen richtig untereinander das heißt also einer unter einer zehner unter zehner hunderte unter hunderte stellen und so weiter und beginnen dann von der stelle mit der niedrigsten wertigkeit also der einer stelle die ziffern zu addieren in dem fall hammer 5 plus 3 das gibt eine 8 so und wenn das zwischenergebnis der addition dieser beiden ziffern im zahlenbereich 0 bis 9 bleibt dann schreiben wir das ergebnis einfach hier hin und gehen zur nächsten stelle über hier aber eine 4 und eine 9 das ergibt zusammen eine 13 und 13 liegt außerhalb des zahlenbereichs 0 bis 9 den wir mit einer ziffern darstellen können und deswegen werden wir die 10 die hier entsteht als übertrag in die nächste stelle schreiben denn was hier eigentlich steht ist ja eine 40 und eine 90 wenn man bedenkt dass das die zehner ziffern sind also 4 mal 10 plus 9 mal 10 ergibt 130 das heißt die 130 hat halt eine 3 an der zehner stelle und eine 1 an der hunderter stelle und deswegen kommt dieser übertrag von dieser 1 da oben rüber diesen übertrag müssen wir dann in der nächsten stelle mit berücksichtigen also hier steht 8 plus 1 ergibt 9 und jetzt kommt aber der hunderter der hier mit dem übertrag 1 gewichtet wird aus der vorigen stelle dazu also 8 plus 1 plus 1 ergibt 10 das heißt wir haben hier als einer ziffer eine 0 und es kommt noch mal übertrag in die nächste stelle der dort aufsummiert wird zu 0 plus 0 plus 1 gibt 1 und so erhalten wir am ende die schriftliche addition dieser beiden zahlen zu 1038 nichts neues für sie werden nur gleich sehen dass wir genau dasselbe prinzip auf jedes beliebige polyadische zahlen system anwenden können das heißt das wird genauso funktionieren für das dual zahlzahlen system nur mit dem unterschied dass wir eben nur noch die ziffer 0 und 1 zur verfügung haben so entsprechend ist noch mal kurz zur erinnerung an die schriftliche subtraktion wie funktioniert die betrachte jetzt hier nur den einfacheren fall dass die betragsmäßig größere zahl hier oben steht beziehungsweise das ergebnis eine positive zahl liefert versuchen sie das mal andersrum dann werden sie feststellen dass sie noch ein paar schwierigkeiten dazu bekommen auf die ich jetzt im einzelnen aber nicht eingehen möchte wir nehmen dieselben zahlen von vorhin 845 und 193 aber ziehen diesmal die 193 von der 845 ab und wie machen wir das das machen wir so dass wir wieder stellenweise beginnen mit der stellenwärtig mit der niedrigsten stellenwertigkeit das heißt wir nehmen die fünf ziehen davon die drei ab das ergibt im ergebnis eine zwei das ergebnis liegt im zahlenbereich 0 bis 9 also schreiben die ziffer so hin und machen mit der nächsten stelle weiter jetzt kommen wir zu der situation dass wir eine größere zahl von einer kleineren zahl abziehen müssen hier steht also 4 minus 9 das würde eine negative zahl ergeben diese negative zahl ist natürlich also minus fünf wäre das die wäre nicht darstellbar in unseren ziffern 0 bis 9 damit wir jetzt eine darstellbare ziffer schreiben können müssen wir uns ein zehner borgen von der nächsten stelle das heißt in wirklichkeit werden wir wenn die untere stelle jetzt größer ist als die obere diese vier hier zu einer 14 erweitern indem wir uns 10 von der nächsten stelle holen also wir rechnen 14 minus 9 gibt 5 jetzt müssen wir berücksichtigen dass wir hier schon 10 mehr abgezogen haben als eigentlich da waren und deswegen kommt hier dieser übertrag mit rein beziehungsweise wir borgen uns eine 10 und markieren das hier und die müssen wir in der nächsten stelle wieder mit berücksichtigen indem wir diese 10 zusätzlich mit abziehen das heißt also 8 minus 1 minus übertrag ergibt hier die 6 und damit das schriftliche gesamt ergebnis 652 auch das ist ihnen geläufig und wir werden jetzt mal versuchen diese form der arithmetik auf dual zahlen anzuwenden das heißt wir schauen uns an wie funktioniert die addition wie funktioniert die subtraktion mit binären zahlen und im nächsten schritt werden wir die frage stellen wie können wir addition und subtraktion mit hilfe des sogenannten zweier komplements einfacher darstellen so dass wir am ende in der lage sind sowohl addition als auch subtraktion mit hilfe der zweier komplement bildung und eine einfachen addition auszuführen die wir dann wie wir sehen werden sehr einfach in digitale hardware werden umsetzen können so in den vorlesungs unterlagen finden sie auch noch die darstellung der schriftlichen multiplikation und division und ihre übertragung ins binärequivalent mit der werden wir uns jetzt nicht befassen schauen sie sich das an für die vorlesung in diesem semester und die prüfung sind diese verfahren erstmal nicht weiter von bedeutung wie gerade schon angedeutet alle grundrechenarten funktionieren im dual system auf dieselbe weise wie im dezimalsystem und in klammern auch wie in jedem anderen stellenwertsystem also ob sie jetzt eine basis 2 oder 10 oder 16 oder 7 oder 34 nehmen spielt keine rolle die funktionsweise ist dieselbe nur dass die ziffern bereiche die sie abdecken können mit jedem zahlensystem sich natürlich voneinander unterscheiden beim dual system ist es natürlich jetzt so dass im gegensatz zum zehner system die überträge zur nächst höheren stelle bereits bei der addition zweier dual ziffern auftreten wenn die ziffern summe größer als 1 ist hat die ziffern können 0 oder 1 sein aber sobald die summe schon größer als 1 ist muss ein übertrag in die nächste stelle erfolgen das sehen wir uns an beispielen jetzt mal an wir definieren dazu zwei n bit worte nehmen wir mal n gleich 8 an ohne beschränkung der allgemeinheit nehmen wir uns also zwei 8 bit worte x und y und die haben die ziffern x k beziehungsweise y k also ein 8 bit wort x soll zusammengestellt werden aus dem niederwertigsten bit x0 x1 x2 x3 x4 bis x7 und unser 8 bit wort y setzt sich aus den bits y0 bis y7 zusammen diese beiden worte sollen zunächst vorzeichenlose dual zahlen darstellen jetzt schauen wie wir zwei solche vorzeichenlose dual zahlen miteinander addieren können also das thema lautet addition im dual system wir nehmen uns zwei repräsentative zahlen mal her wir werden mal berechnen x plus y für zwei zahlen x gleich 92 also als 10er zahl dargestellt und y gleich 106 komme ich auf diese zahlen die zahlen sind jetzt nicht ganz zufällig gewählt sie sind so gewählt dass sie einige von den übertragsbedingungen die wir gleich analysieren werden unter enthalten so dass wir alle fälle die wir nachher betrachten wollen darin abgedeckt sehen wenn wir eine addition machen wollen im dual system dann müssen wir zunächst mal diese zahlen umwandeln in entsprechende dual zahlen darstellungen das sollten sie aus dem ff beherrschen ich werde das in diesem semester nicht wiederholen alle zahlen so im bereich von 8 bit das heißt also 0 bis 255 da sollten sie also keine langen rechenwege hinschreiben müssen um die mithilfe von bleistiftem papier berechnen zu können sie können es natürlich mit dem taschenrechner machen aber sie sollten in der lage sein solche zahlen aus zweierpotenzen im ergänzungsverfahren zu erstellen also sie sollten die zweierpotenzen kennen auch dazu finden sie eine tabelle in den vorlesungsunterlagen wenn sie sich das anschauen hier dann werden sie gleich sehen dass die 92 sich zusammensetzt aus einer 64 so was fehlt da noch zur 92 dort fehlen 16 26 28 fehlt noch bis dahin und das setzen wir zusammen aus einer 16 einer 8 und einer 4 so und das bedeutet wenn wir das entsprechend zusammensetzen dann bekommen wir daraus die zahl 0 1 0 1 1 1 1 0 0 im dual system also hier haben wir die 64 hier haben wir die 16 hier haben wir die 8 und hier haben wir die 4 wenn man noch mal kurz die stellenwertigkeiten oben drüber schreiben also das war 2 hoch 0 2 hoch 1 2 hoch 2 2 hoch 3 2 hoch 4 2 hoch 5 2 hoch 6 und 2 hoch 7 und dann haben wir die 106 und die 106 können wir auch zusammenfassen aus einer 64 plus 32 das ergibt uns 96 es fehlen noch 10 und das können wir mit plus 8 plus 2 ergänzen und dementsprechend erhalten wir die Dualzahl 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Diese beiden Zahlen sind also die Dualzahlendarstellung von der 92 und von der 106 und die werden wir jetzt mal gemäß der Rechenregeln der schriftlichen Addition für das Dualsystem, ebenso wie wir es gerade beim Dezimalsystem gesehen haben, aufaddieren, also wir schreiben hin x und y, das war also 92 im 10er System, das war 106 im 10er System, die wollen wir addieren. Machen wir hier nochmal die schriftliche Addition, und 2 plus 6 ergibt 8, 9 plus 0 ergibt 0 und 0 plus 1 ergibt 1, nein nicht 0, sondern 9 natürlich. So und dann erhalten wir als Ergebnis z gleich 198. Und dasselbe sollte rauskommen, wenn wir die äquivalente schriftliche Addition im Dualsystem durchführen. Wir schreiben also auf unsere beiden Zahlen 92 und 106 in der Dualrepräsentation 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 und 0, 1, 1, 0, 1, 0 im Dualsystem. So und jetzt werden wir stellenweise angefangen vom Least Significant Bit, das ist unser LSB, das niederwertigste Bit, werden wir ziffernweise addieren und sobald ein Übertrag entsteht, weil die Ziffernsumme größer 1 ist, werden wir ihn so berücksichtigen, wie wir das aus der Dezimalrechnung kennen. Also LSB beginnen, 0 plus 0 ergibt 0. Dann haben wir 0 plus 1 ergibt 1, liegt im Zahlenraum 0 bis 1, den wir mit Binärziffern darstellen können, also alles gut. Dann haben wir hier 1 plus 0 ergibt auch eine 1, solange alles gut. Jetzt kommt der Fall, dass wir mit zwei Einsen einen Übertrag erzeugen werden. 1 plus 1, stellen wir das mal kurz in Dualnotation dar, 1 plus 1. Im Dualsystem ergibt ja eine 2 und im Dualsystem wird die Zahl so dargestellt, also 1 plus 1 im Dualsystem gibt 1, 0 im Dualsystem. Das heißt, diese Ziffer, diese Ziffer hier, die ist jetzt genau der Übertrag, den wir in die nächste Stelle tragen müssen. Es kommt also hier ein Übertrag 1 hinzu. So und jetzt haben wir in der nächsten Stelle zu addieren 1 plus 1 plus 1. Das ergibt eine 3. Selbe Rechnung wie gerade eben, nur noch eine Stelle mehr, also 1 plus 1 plus 1 ergibt im Dualsystem eine 3 und die 3 ist dual, die 1, 1. 1, 1 bedeutet, an der niederwärtigen Stelle bleibt eine 1 stehen und wir erzeugen diese 1 als Übertrag. Das heißt, hier bleibt die 1 stehen von der 3, das ist diese hier und hier kommt ein Übertrag in die nächste Stelle. Auch dort sehen wir dann eine 1 als dritten Summanden. Jetzt müssen wir hier wieder addieren, nächste Stelle 1 plus 0 plus 1 macht 2. Den Fall hatten wir schon, das war der hier oben. Also hier kommt eine 0 hin. 0 übertrag 1. Dann haben wir hier 0 plus 1 plus Übertrag 1 ergibt wieder eine 2. Also 0 plus Übertrag 1. Und hier haben wir wieder die Situation, dass wir drei Einsen addieren müssen. 1 plus 1 ergibt 3. Das heißt also 1 im niederwertigen Bit 1 in den Übertrag. Und hier müssen wir nur noch 0 plus 0 plus 1 addieren. Dann haben wir 1 in Summe, keinen weiteren Übertrag. Das heißt, es gibt also keinen Überlauf über die acht Stellen hinaus. Und das hier, das ist unser Gesamtergebnis als Rechnung im Dualsystem. Jetzt bleibt noch zu bestimmen, ob das Ergebnis auch tatsächlich unserer Lösung im Dezimalsystem entspricht. Was haben wir hier? Hier steht 2 hoch 7 plus 2 hoch 6 plus 2 hoch 3 plus 2 hoch 2 plus 2 hoch 1. Und wenn wir das nochmal ausdrücken als Dezimalzahlen, dann haben wir, das ist also gleich 128 plus 64 plus 64 plus 8 plus 4 plus 2. Wenn Sie das mal zusammenrechnen, 128 plus 64 macht 192 plus 8 macht, ähm, Moment. Mal schauen, dass ich das auch richtig gerechnet habe hier. 128 plus 64 macht 192. Das ist richtig. Aber jetzt ist da irgendwo ein Fehler drin. Und zwar an welcher Stelle. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, an welcher Stelle ich hier in dieser Rechnung einen Fehler gemacht habe. 0 plus 0 ergibt 0. 0 plus 1 ergibt 1. 1 plus 0 ergibt 1. Hier ist ein Übertrag zu viel. Da war ich ein bisschen zu schnell. 1 plus 1 ergibt hier 0 und Übertrag 1. So, jetzt müsste es stimmen. Das heißt, es fällt hier eine 8 weg, die hier zu viel war. Wir haben 128 plus 64 macht 192 plus 4 macht 196 plus 2 macht 198. So, und jetzt kommen wir auf das richtige Ergebnis, was ich haben wollte. So, puh, das ist live, aber nach der Korrektur. Wir sehen, dass die Ergebnisse im Dualsystem genau der schriftlichen Rechnung im Dezimalsystem entsprechen. Und damit gezeigt ist, dass dieselben Rechenweisen gelten für die Addition im Dualsystem. Dasselbe machen wir jetzt nochmal für die Subtraktion. Dann werden wir gleich sehen, dass die Subtraktion ein bisschen umständlicher ist an dieser Stelle. Also nicht umständlicher als im Dualsystem, aber umständlicher als die Addition, wo wir nachher glücklicherweise auf die Subtraktion werden verzichten können, weil wir mit Hilfe der Zweierkomplementarithmetik die Subtraktion durch die Addition werden ausdrücken können. Jedenfalls für endliche Zahlenräume. Also Subtraktion im Dualsystem. Und dann nehmen wir wieder unsere selben Zahlen. Jetzt machen wir folgendes. Jetzt nehmen wir die Zahl, die gerade das Ergebnis war. x sei 198 und y gleich 106. Das waren unsere Zahlen von gerade eben. Nur bezogen auf das Ergebnis. 198 war unser Ergebnis. 106 unser y. Jetzt sollte als Subtraktion dieser beiden Zahlen natürlich die Ausgangszahl x gleich 92 aus der Additionsaufgabe kommen. Und wir wollen berechnen. x minus y gleich z. Also wie groß ist z, wenn wir das im Dualsystem ausdrücken. Und z, klar, aus der Voraussetzung der Aufgabe ergibt sich zu 92. Wie machen wir das jetzt mit der Subtraktion? Ähnlich wie bei der dezimalen Variante. Wir werden wieder x und y übereinander aufschreiben. x minus y ergibt sich also gleich 198 minus 106. Die 198, die hatten wir uns hier gerade angeschaut. Das ist 1100, 0110, 1100, 0110 als Dualdarstellung. Und dann haben wir die Zahl 106. Auch die haben wir schon berechnet. Das ist 0110, 0110, 0110. Und die müssen wir jetzt voneinander subtrahieren, schriftlich, um unsere Zahl z zu bekommen, die am Ende gleich 92 sein sollte. Das machen wir auch wieder, indem wir ausgehend vom Least Significant Bit, der Stelle auf der rechten Seite, anfangen und von der obersten Ziffer die untere Ziffer subtrahieren. Das ist bei 0 minus 0 leicht, da kommt also eine 0 raus. Bei 1 minus 1 auch, kommt ebenfalls eine 0 raus und bei 1 minus 0 kommt ebenfalls eine 1 raus. So, jetzt haben wir also den Bereich abgedeckt, wo wir im Ergebnis positive Zahlen 0 und 1 bekommen. Jetzt haben wir hier mal den Fall, dass wir 0 minus 1 abziehen müssen. Das würde ja eine minus 1 ergeben, die wiederum mit den Dualzahlen nicht dargestellt werden kann. Das bedeutet, wir müssen uns eine 1 aus der nächsten Stelle borgen. Was machen wir denn damit? 1 aus der nächsten Stelle borgen heißt, wir haben 0 minus 1. Aus der nächsten Stelle etwas borgen heißt, wir schreiben hier eine 1 davor. Das bedeutet, im Dualsystem ist das eigentlich eine 2. 1 0 minus 1 heißt, 2 minus 1 ergibt eine 1 in der Differenz. Also eine Stelle borgen, eine 2. Jetzt muss ich aufpassen, dass es an der richtigen Stelle passiert, dass ich nicht denselben Fehler mache wie gerade eben. Also aus dieser Stelle borgen wir eine 2 als Dualzahl 1 0. Von der ziehen wir diese 1 ab. Ergibt sich also zu einer 1 im Ergebnis an der Stelle, an der wir gerade arbeiten. Das führt dazu, dass wir dieselbe Situation nochmal haben. Wir müssen jetzt 0 minus 0 minus 1 rechnen. Das ergibt also dieselbe Rechnung wie hier, die wir in der Stelle zuvor gemacht haben. Also 0 minus 1 ergibt sich also das selbe Resultat. Das ergibt eine 1 an dieser Stelle hier und ein borgen der dazugehörigen Stelle 1 oben drüber. So, jetzt haben wir die Situation, dass wir 0 minus 1 minus 1 berechnen müssen. Und im Dualsystem heißt das, wir haben 0, 0 minus 1 minus 1. Und unter diesen Bedingungen, damit das keine negative Zahl liefert, müssen wir uns wieder eine 1 von der nächsten Stelle borgen. Das heißt, wir haben eine duale 2, minus 1 minus 1. Und da kommt am Ende natürlich eine 0 raus. So, 2 minus 1 minus 1 ergibt 0. Wir borgen uns also aus der nächsten Stelle diese 2, dargestellt als 1 0. Und dementsprechend kriegen wir hier eine 0 als Ergebnis raus. Also diese 0 ist genau dasselbe hier. Jetzt haben wir die Situation, dass wir 1 minus 1 minus 1 nehmen müssen. Das würde ja eine minus 1 ergeben. Ja, also 1, 1 minus 1 minus 1 würde eine minus 1 ergeben. Damit das nicht passiert, müssen wir uns die nächste Stelle borgen. Das heißt, es geht eine 3 minus 1 minus 1 hinterlässt uns eine 1 an der Stelle, an der wir rechnen. 1 minus 1 minus 1, also 1 borgen, sodass wir 3 minus 1 minus 1 rechnen können, bleibt die 1 hier. So, sind wir beim siebten Bit angekommen, nee, beim achten Bit. Stellenwertigkeit 2 hoch 7, 1 minus 0 minus 1 ergibt uns die 0. Und damit haben wir für diese 8-Bit-Worte jetzt unser Ergebnis durch Subtraktion, schriftliche Subtraktion im Dualsystem erzeugt. Kontrolle, ob es stimmt. Nochmal die Wertigkeiten oben drüber geschrieben. Bit-Wertigkeiten 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir rechnen hier zusammen 2 hoch 6, das macht 64, plus 2 hoch 4, macht 16, plus 2 hoch 3, macht 8, plus 2 hoch 2, macht 4. Zusammenrechnen 64 plus 16, 80 plus 8, 88 plus 4, macht 8. 92, das Ergebnis, was wir haben wollten. Also, funktioniert Addition wie Subtraktion im Dualen ganz genauso wie im Dezimalen, nur mit dem Unterschied, dass wir uns in die nächste Stelle eine 2 rüberschieben als Übertrag, also das Äquivalent einer 2, beziehungsweise eine 2 borgen von der Wertigkeit her, die sich im Dualsystem eben durch diesen Übertrag 1 in die nächste Stelle bemerkbar macht. So, wir wollen uns jetzt mit der Frage beschäftigen, wie kann man denn solche Additionen und Subtraktionen so darstellen, dass wir sie auf einer Hardware ausführen könnten. Wenn wir sie auf einer Hardware ausführen, bedeutet das, wir haben digitaler Gatter in einem Prozessor oder in einem Schaltwerk, die solche arithmetischen Operationen darstellen. Und wir möchten binär rechnen mit endlicher Registerbreite. Endliche Registerbreite bedeutet, dass natürlich jede Zahlendarstellung in einer Hardware nicht beliebig nach oben skalierbar ist. Wenn ich jetzt auf die Idee käme, ich brauche einen größeren Zahlenbereich, also wir haben hier 8 Bit und mit 8 Bit können wir Vorzeichenlose Zahlen von 0 bis 255 darstellen. Wenn ich jetzt sage, ich hätte aber auch gerne die 256 dargestellt, dann brauche ich ein Bit mehr. Auf dem Papier ist das leicht, dann schreibe ich einfach noch ein Bit hier oben mit dazu. Wenn Sie jetzt aber eine digitale Hardware haben, ist natürlich die Registerbreite für die Behandlung und Speicherung von Zahlen begrenzt. Sie haben 8 Bit Mikrocontroller, Sie haben 16 Bit, Sie haben 32 Bit, Sie haben 64 Bit Rechner, es gibt auch 128 und 256 Bit Rechner. Egal wie breit die Wortbreite Ihrer Prozessorregister ist in einem Rechner, sie ist immer endlich. Und das bedeutet, dass die Breite der Zahlen, die dargestellt werden können, damit also der Wertebereich der Zahlen immer endlich ist, wenn Sie mithilfe der Hardware rechnen wollen. Und wir werden uns diese endliche Wortbreite von Hardware zunutze machen, in der Tat, das klingt erstmal wie ein Nachteil, aber wir werden es uns zunutze machen, um eine für Hardwarezwecke sehr gut geeignete Zahlenrepräsentation von positiven und negativen Zahlen zu finden, mit der man auf das Thema Subtraktion im Dualsystem verzichten kann und allein einen Addierer braucht, um sowohl Subtraktion als auch Addition gleichzeitig ausführen zu können. Das wird uns zum Thema Zweierkomplementarithmetik führen. Wir haben uns jetzt also darüber Gedanken gemacht, wie funktionieren Addition und Subtraktion im Dualsystem für vorzeichenlose Zahlen. Addition und Subtraktion. Und jetzt werden wir uns die Frage stellen, was können wir denn machen, um vorzeichenbehaftete Zahlen, also auch negative Zahlen, in unsere Rechnung mit einzubeziehen. Und zwar unter Einbezug der gerade angedeuteten Thematik, Dualzahlenarithmetik mit fester Wortbreite, wie sie eben in einer Hardware immer gegeben ist. So, in einem Dualzahlensystem mit fester Wortbreite von N-Bits, wie gesagt, typischerweise 8-Bits, 16-Bits, 32- oder 64-Bits auf aktuellen Rechnersystemen, in einem solchen Dualzahlensystem mit fester Wortbreite können bis zu 2 hoch N unterschiedliche Zahlen dargestellt werden. 2 hoch N bei einem 8-Bitsystem bedeutet, es sind 256 unterschiedliche Zahlen, vorzeichenlos von 0 bis 255, die ich ausdrücken könnte. Die Eigenschaft eines solchen Zahlensystems ist, dass es zyklisch ist. Wenn wir uns mal ein Beispiel von einer 3-Bit-Rechnerstruktur anschauen, wie sieht dieses Zahlensystem aus? Mit 3-Bit kann ich die Ziffern 000, 001 und so weiter bis 111 kombinieren. Es gibt also insgesamt 8 verschiedene Möglichkeiten, eine Dualzahl darzustellen. Und wenn ich diesen Code jetzt mal interpretiere als natürlichen Dualcode, dann haben wir hier die vorzeichenlosen Zahlen von 0 bis 7 als Dezimaläquivalente dargestellt. Was würde jetzt passieren, wenn ich Additionen ausführe? Wir nehmen mal an, wir addieren zu einer gegebenen Zahl eine 1. Ich nehme mal zum Beispiel die 2. Da habe ich den Code 010. Jetzt addiere ich eine 1 dazu. Dann bekomme ich 011. 1 und das ist der Zahlencode für die 3. Das kann ich jetzt für jede beliebige Zahl machen. Wenn ich einen Zahlencode nehme, 1 addiere, erhalte ich immer den natürlichen Binärcode für die jeweils folgende Zahl. Das geht so lange gut, wie ich am Ende meines Zahlenkreises ankomme. Ich bin jetzt bei der 7. Dort sind alle Bits voll. 1, 1, 1. Was passiert, wenn ich jetzt nochmal plus 1 drauf addiere? Dann komme ich zu dieser Rechnung hier, wie wir es gerade schriftlich durchgeführt haben. Also 1, 1, 1 für die 7. Ich addiere eine 1 dazu. 1 und 1 ergibt 0, Übertrag 1. Dann habe ich 1 und 1, 0, Übertrag 1, 1 und 1, 0, Übertrag 1. Auf einmal brauche ich ein viertes Bit. Das heißt, ein Übertrag, der aus der Stelle mit der Wertigkeit 2 hoch 2 entsteht, in die Stelle 2 hoch 3, braucht dieses vierte Bit. Aber dieses vierte Bit ist unserer 3-Bit-Zahlenkreis, unserer 3-Bit-Hardware, nicht mehr darstellbar. Das heißt, diese Information geht einfach ins Nirvana. Die fliegt raus. Und so wird aus der 7 plus 1 nicht eine 8, 1, 0, 0, 0, sondern das zyklische Zahlensystem führt uns bei einem Überlauf am Ende wieder an den Beginn zurück. Aus der 7 wird statt der 8 dann die 0, weil einfach die oberste Stelle des Ergebnisses abgeschnitten worden ist. So, jetzt wollen wir uns mal überlegen, wie wir diese Eigenschaft nutzen können, um Vorzeichen behaftete Zahlen möglichst effizient darstellen und verrechnen zu können. Wir stellen zunächst mal fest, wenn wir eine Rechnerstruktur aufbauen wollen, in der Daten in binärer Form in Flipflops gespeichert werden, dann haben wir nur die Möglichkeit, Einsen und Nullen zu speichern. Es gibt aber in dem reinen Binärcode kein eigenes Symbol, das ein Minuszeichen repräsentiert. Wie können wir eine negative Zahl, zum Beispiel Minus 1 repräsentieren, wenn es neben Nullen und Einsen keinen so einen Strich gibt, der sagt, das ist ein Minus. Dafür gibt es in der hardwareorientierten Dualzahlenarithmetik mehrere Ansätze. Wenn wir davon ausgehen, dass wir eine Dualzahlenarithmetik mit fester Wortbreite verwenden, dann ist es zum Beispiel möglich, eine Darstellung mit einem Vorzeichen-Bit zu verwenden. Das heißt, ein Bit unseres Wortes wird einfach als Vorzeichen betrachtet. Auf Englisch sagt man Sign-Bit plus Magnitude, das heißt also Vorzeichen-Bit plus Betrag. Aber wir werden gleich feststellen, und auch das sollten Sie im Hoffmann schon gelesen haben, dass das eine zwar naheliegende Repräsentation ist von Vorzeichen behafteten Zahlen, die aber für die Arithmetik nicht wirklich gut geeignet ist. Dann kommt man als nächstes zum sogenannten Einer-Komplement, auf Englisch Once-Komplement, was also eine etwas für Hardware-Darstellung geeignetäre Repräsentation ist von Vorzeichen behafteten Zahlen. Auch die hat noch ein Problem mit einer Doppeldarstellung der Null. Und am Ende kommen wir zum sogenannten Zweier-Komplement, die zwar eine gewisse Unsymmetrie aufweist, diese Darstellung, aber sich als die beste Darstellung erweist für die Berechnung von Vorzeichen behafteten Zahlen und deswegen auch in den meisten Rechner-Systemen verbaut ist. Ganz kurz zur Übersicht nochmal. Ich möchte nicht in die Details eingehen, was nun an Arithmetik hinter diesen verschiedenen Verfahren steckt, bis auf die Zweier-Komplement-Darstellung. Wir gucken uns nochmal eben an, was bedeutet Vorzeichen-Bit und Betrag. Wenn ich in meinem endlichen Zahlensystem, in diesem zyklischen hier, sowohl Zahlen mit positiven Vorzeichen als auch negative Zahlen berücksichtigen möchte, dann muss ich mir irgendwie überlegen, wie ich die mir zur Verfügung stehenden Zahlencodes in unserem 3-Bit-System, also von 000 bis 111, so aufteile, dass ein gewisser Teil davon an die negativen Zahlen geht und ein gewisser anderer Teil an die positiven Zahlen geht. Und ganz naheliegend wäre die Variante, dass man diesen Zahlenkreis einfach in der Mitte teilt und sagt, alles das, was eine 0 im höchstwertigen Bit stehen hat, das sei eine positive Zahl und alles das, was eine 1 im höchstwertigen Bit stehen hat, das sei eine negative Zahl. Das heißt also, das MSB wird als Vorzeichen-Bit betrachtet und dahinter steht einfach der Betrag der betreffenden Zahl. Also hier haben wir 0, hier haben wir 1, 2 und 3 und bei der 3 sehen wir, dort haben wir eine 1, 1 im Dual-Code, das heißt, die entsprechende negative Zahl wäre jetzt mit getauschten Vorzeichen, die wäre eine 1, 1, 1, also 1, 1, 1 hier oben. Dementsprechend hier eine 1 wäre eine 0, 0, 1, dementsprechend müsste die Minus 1 eine 1, 0, 1 sein und die haben wir dann hier unten. Das ist sehr naheliegend, so etwas zu machen, hat aber in Bezug auf die digitale Arithmetik ganz furchtbare Nachteile und zwar insbesondere die magelnde Kontinuität auf dem Zahlenstrahl. Überlegen Sie sich mal, in einem idealen Zahlenstrahl sollte von einem Schritt zum nächsten Codeschritt immer eine Differenz von 1 sein, das heißt von 0 auf 1 plus 1, das gilt auch hier, 0, 0, 0 plus 1 ergibt 0, 0, 1. Dann von 1 auf 2 habe ich 0, 0, 1 plus 1 ergibt den Code für 2, 0, 1, 0. Funktioniert also auf diesem positiven Zahlenstrahl. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Von der Minus 2 auf die Minus 1 müsste ich eigentlich einen Schritt Plus 1 gehen. Aber ich muss sozusagen hier genau Minus 1, Minus 2 ergibt Minus 1, das passt nicht so richtig. Hier oben von der Minus 3, wenn ich nach rechts gehe, Plus 1, sollte ich eigentlich auf die Minus 2 kommen. Ja, aber 1, 1, 1, 1 plus 1 ergibt mir die 0, das heißt ich komme von der Minus 3 mit dem Schritt Plus 1 im Dual-Code auf die 0. Also das ist ein ganz kurioses Zahlensystem, was an diesen Übergängen hier und in der Richtung der Abfolge der Codes überhaupt nicht geeignet ist. Deswegen beschäftigen wir uns gar nicht weiter damit. Wir legen das beiseite und kommen auf einen anderen Gedanken, nämlich das sogenannte Einer-Komplement. Das Einer-Komplement ist auch wieder eine ähnlich gelagerte, symmetrische Repräsentation von positiven und negativen Zahlen in einem Zahlenkreis. Und anstatt, dass wir ein Vorzeichenbild definieren, sagen wir mal ganz einfach, wir erklären die negativen Zahlen aus den positiven dadurch, dass wir einfach die Bitmuster invertieren. Also wenn ich zu einer 1, dargestellt als 001 im natürlichen Dual-Code, eine Minus 1 haben möchte, dann schreibe ich hier oben einfach mal einen fetten Invertierungsbalken drüber, invertiere jede einzelne Ziffer aus 0 wird 1, aus 1 wird 0, also aus 1 wird 001 rüber zu 110. Was hat das jetzt für einen Vorteil? Das hat den Vorteil, dass auch die negativen Zahlen jetzt in der richtigen Reihenfolge geordnet sind. Also von einer Minus 2 zu einer Minus 1 muss ich ja 1 addieren. Minus 2 plus 1 ergibt Minus 1. Und auch der zugehörige Dual-Code gibt das wieder. 1, 0, 1 plus 1 ergibt 1, 1, 0. Also die Reihenfolge in Bezug auf die zugehörige Binär-Arithmetik ist jetzt für den negativen Teil des Zahlenstrahls gewährleistet. Super. Damit könnte man zufrieden sein, wenn es nicht noch ein Problem gäbe. Und das ist die Doppeldarstellung der 0. Es gibt aufgrund der Definition, dass wir jetzt mit dem Einer-Komplement arbeiten, also jede einzelne Ziffer nur invertieren, für die 0 zwei unterschiedliche Repräsentationen. Die 0 kann einmal als 0, 0, 0 vorliegen. Das wäre sozusagen unser Plus 0. Plus 0 einmal invertiert ergibt eine Minus 0 als 1, 1, 1 dargestellt. Das ist mathematisch gesehen erstmal grundsätzlich okay. Aber es würde dazu führen, dass sich aus Addition und Subtraktion mal eine Minus 0 mal eine Plus 0 ergeben würde in der digitalen Hardware. Und das sind dann Fallunterscheidungen beziehungsweise Gleichheitsentscheidungen, die man treffen muss, die hardwaremäßig wieder schwer umzusetzen sind. Also eine Doppeldeutigkeit der 0 ist gar nicht gut. Besser wäre es jetzt, wenn wir dieses Zahlensystem noch ein wenig so modifizieren könnten, dass wir eine eindeutige Darstellung der 0 finden würden. Ansonsten aber bei den Vorteilen der Reihenfolge, die dieses 1er Komplement bietet, bleiben würden. Und auf diese Weise kommen wir zum sogenannten 2er Komplement. Das 2er Komplement ist das 1er Komplement. Das heißt also, negative Zahlen gehen aus den positiven durch Invertierung hervor. Mit einer kleinen Modifikation, nämlich dass dieser Teil des Zahlenkreises einfach noch mal eine Position weitergeschoben wird. Also statt, dass wir die Minus 1 hier anordnen, bei 1, 1, 0, schieben wir sozusagen ein Segment weiter. Die Minus 1 kommt jetzt auf die 1, 1, 1. Also wie können wir beim 2er Komplement aus der positiven die zugehörige negative Zahl berechnen? Wir nehmen die positive Zahl her, 0, 0, 1, und invertieren sie zu 1, 1, 0 und addieren noch 1 drauf. Also invertieren, 1 drauf addieren. Dann liegt die Minus 1 an dieser Stelle. Damit haben wir die doppelte 0 eliminiert. Und wir haben hier immer Schritte von 1, 1, 1, 1, von der Minus 1 zur 0 zur 1. Das sieht dann so aus, wenn wir den entsprechenden Zahlenkreis darstellen. 2er Komplement verliert jetzt die Symmetrie, die wir gerade eben hatten. Dadurch, dass wir den negativen Zahlenbereich jetzt um eine Position nach rechts gedreht haben, also 1 addiert haben, haben wir dafür aber diese Kontinuität hergestellt. Schauen Sie sich mal hier an. Nehmen wir an, wir haben die Minus 1, die liegt jetzt bei dem Code 1, 1, 1, addieren 1 auf natürliche Weise mit der schriftlichen Addition. ergibt 1, 1, 1, plus 1, ergibt 1, 0, 0, 0. Da fällt wegen der endlichen Registerbreite der Übertrag weg. Wir kommen zurück auf 0 und 0 ist genau der Zahlencode für 0, den wir von Minus 1, plus 1 erwartet haben. Das passt. Und auf der rechten Seite geht das natürlich so weiter, bis an die Grenze unseres Zahlenbereichs. Jetzt sehen wir, jetzt haben wir eine ganze Reihe von Vorteilen in diesem Zahlensystem. Zum einen ergibt sich auf natürliche Weise, dass jetzt die 0 an höchster Stelle ein positives Vorzeichen repräsentiert. Das heißt, das MSB repräsentiert das Vorzeichen. Für MSB gleich 0 haben wir positive Zahlen, beziehungsweise die 0. Und für MSB gleich 1 haben wir negative Zahlen. Unten kommt jetzt eine Zahl hinzu. Aufgrund dieses Drehens haben wir die Möglichkeit, eine Zahl mehr zu platzieren. Und das muss jetzt eine negative Zahl sein, weil sie ja im Vorzeichen-Bit eine 1 enthält und damit konsistent zu den anderen negativen Zahlen sein muss. Das heißt, hier unten können wir zu der Minus 3 nochmal ein weiteres Element, die Minus 4, hinzufügen, was durch die Zahl 1, 0, 0 repräsentiert wird. Das ist eine Aufteilung eines endlichen Zahlenkreises, die sich sehr bewährt hat für die Implementierung von Arithmetik in digitale Hardware auf Mikrocontrollern, in CPUs. Wenn wir mal schauen, für eine allgemeine Darstellung, nehmen wir an, wir haben jetzt n-Bit-Breite eines Systems. Gehen wir mal von 8-Bit-Breite aus, von den digitalen Worten, nicht von 3, sondern n gleich 8. Dann können wir allgemein sagen, dass die Menge der Zahlen, die sich darstellen lässt in einem solchen Zweier-Komplement-System, dass die Zahlen umfasst von minus 2 hoch n-1 bis 2 hoch n-1 minus 1. Wenn wir das mal für 8-Bit ausrechnen, dann hätten wir hier minus 2 hoch 7. Das wäre also minus 128 bis 2 hoch 7. Wenn 128 minus 1, also für ein 8-Bit-Zweier-Komplement-System 8-Bit-Zweier-Komplement-System, kleiner gleich 2 hoch n-1 minus 1. Also hier haben wir n gleich 8. Das bedeutet, hier steht minus 2 hoch 7 gleich minus 128, kleiner gleich x, kleiner gleich plus 127, also gleich 2 hoch 7 minus 1. Das ist der Zahlenbereich, den wir abdecken können mit einer 8-Bit-Zweier-Komplement-Arithmetik. Und wenn Sie bereits programmiert haben, hardware-nah in der Programmiersprache C, dann werden Sie schon festgestellt haben, bei vorzeichenbehafteten Zahlen, die Sie mit einem Zeichen, also einem Charakter, darstellen können, 8-Bit, sind das genau die Integer-Zahlen, also ganzen Zahlen, die Sie darstellen können. Minus 128 bis plus 127. Lassen Sie uns kurz nochmal zusammenfassen, wie funktioniert das jetzt mit der Berechnung von Zahlen im Zweier-Komplement und der Darstellung der zugehörigen negativen Zahlen. Wir nehmen uns nochmal ein Zweier-Komplement vor, zum Beispiel 3-Bit. Nehmen wir mal 4-Bit, Zweier-Komplement. 4-Bit-Zweier-Komplement. Also n gleich 4. Und da wollen wir jetzt mal eine Zahl herstellen. Wir nehmen mal eine Zahl x, die sei mal 5, als 10er-Zahl dargestellt. Und jetzt wollen wir sie als 4-Bit-Zweier-Komplement-Zahl repräsentieren. Das ist schnell ausgerechnet. Bei einer positiven Zahl entspricht das genau der natürlichen Dual-Code-Darstellung. Das heißt, die 5 in Dual-Code wäre 1, 0, 1. 4 plus 0 plus 1. Jetzt haben wir aber von einer 4-Bit-Darstellung gesprochen. Das heißt, wenn wir die Zweier-Komplement-Darstellung korrekt darstellen wollen, dann müssen wir auch alle führenden 0-Bits mit darstellen. Also Zweier-Komplement-Darstellung 4-Bit von x gleich 5 im Zehner-System ist 0, 1, 0, 1. Jetzt wollen wir kurz klären, wie denn die dazugehörige negative Zahl aussieht. Also y gleich minus x. Dieses minus x lässt sich jetzt darstellen durch das Zweier-Komplement mit der gerade beschriebenen Komplement-Bildung. Also wie funktionierte das? Wie bekomme ich von einer positiven Zahl auf die zugehörige negative Zahl? Ich muss zunächst das bitweise Komplement, das Einer-Komplement bilden. Also von der 1 gehe ich von 0, 0, 1 auf 1, 1, 0 durch Invertierung. Dann lande ich hier bei der minus 2 und jetzt muss ich noch plus 1 aufaddieren, um bei dem richtigen Code 1, 1, 1 zu landen. Entsprechend machen wir das mit der 5 hier. Wie lautet die Kodierung für die minus 5 im 4-Bit-Zweier-Komplement? y ist gleich minus x, das heißt, ich nehme jetzt x, invertiere das einmal und addiere 1 hinzu. Mal ein bisschen kürzer machen hier. So, also x bitweise invertiert plus 1 ergibt also das Komplement von 0, 1, 0, 1 plus 1. Das ist also 1, 0, 1, 0 plus 1 und das ergibt 1, 1, äh, 1, 0, 1, 1. So, das hier entspricht jetzt ist der minus 5 im 4-Bit-Zweier-Komplement. Diese minus 5, das merken wir jetzt da, dass es eine negative Zahl ist, dass die hier ein Vorzeichen-Bit hat, was den Wert 1 hat. also in einer Zweier-Komplement-Darstellung hat das Vorzeichen-Bit den Wert 1 für eine negative Zahl. Jetzt werden wir noch Folgendes machen. Wir werden jetzt mal diese minus 5, in der Hoffnung, dass ich sie richtig berechnet habe, mit der 5 addieren. Also 5 plus minus 5 x plus y gleich 5 plus minus 5 werden wir mal schriftlich addieren, ist 0, 1, 0, 1 plus 1, 0, 1, 1 schriftlich addieren, 1 plus 1 ergibt 0, Übertrag 1 0, 1, 1 ergibt 0, Übertrag 1 das ergibt 0, Übertrag 1 0, 1, 1 ergibt 0, Übertrag 1 aber Übertrag 1 in das fünfte Bit das fällt raus und oh Wunder als Ergebnis ergibt sich eine 0 das heißt wir haben hier 5 und das additive inverse die minus 5 mit Hilfe des Zweier-Komplements addiert und auf natürliche Art und Weise in der Binär-Arithmetik ergibt sich aus der Summe der beiden 5 plus minus 5 eine 0 und das ist das Ergebnis was wir auch im Dezimalsystem erwarten also dieses Zweier-Komplement ist eine ganz hervorragende Darstellung für Dualzahlen mit Vorzeichen in einem begrenzten Zahlenkreis und wir werden sehen dass wir mit Hilfe von dieser Darstellung der Dualzahlen-Arithmetik eine sehr gute Übertragung finden im Bereich der digitalen Hardware mit dem wir diese Arithmetik mit relativ einfachen Mitteln Hardware-mäßig realisieren können an dieser Stelle machen wir eine kurze Pause und sehen uns nachher zum zweiten Teil wieder grey toi nicht weiß die